Wer bist du und wo kommst du her? Also was machst du gerade? Ich heiße Doro, ich sitze hier für das Treibhaus 08. Das Treibhaus 08 ist ein Studiengang und Volontariat für Konzeption in der Live-Kommunikation. Das heißt also in der Eventbranche, wenn man so will. Und ja, dafür sitze ich heute hier. Ich habe früher mal bei Bioworld gearbeitet, das ist meine Connection zu diesem Blog. Und was genau ist Treibhaus 08? Treibhaus 08 ist ein Studiengang, Konzeption in der Live-Kommunikation. Das bedeutet, man entwirft Events, mehr oder weniger. Das kann sein von der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft bis zur neuen Produktpräsentation. Also Unternehmenskommunikation, Erlebnisorientierte. Das sind so die Schlagwörter. Okay, was stelle ich mir darunter vor? Wirklich Projektmanagement oder also wirklich du arbeitest sozusagen da und baust diese Events auf? Oder wie stelle ich mir das konkret vor? Nee, also wir sind eher so die Kreativen dahinter, die sich ausdenken, um was es da geht, wie so eine Dramaturgie abläuft, wie so eine Veranstaltung im Prinzip funktioniert. Und ja, daher sind wir eigentlich auch alle studierte Geisteswissenschaftler, die jetzt noch zusätzlich diesen Aufbaustudiengang machen und da gleichzeitig Volontariate absolvieren, in ganz Deutschland verteilt bei Agenturen. Und ich bin jetzt hier bei Ins Glück in Berlin. Und hier in Berlin machen wir auch eine Veranstaltung für potenziellen Nachwuchs für unser Treibhaus 08. Okay, was für eine Veranstaltung ist es? Die Veranstaltung heißt Odispray, abgeleitet von der Odisee, weil das Storytelling eine ganz wichtige Fähigkeit von Konzeptionern ist und findet am Donnerstag auf der Insel Berlin statt, ab 19 Uhr. Und ja, wer möchte, kann gerne vorbeischauen. Einfach eine Mail an odispray.web.de schicken und dann steht ihr auf der Gästeliste. Okay, Odispray, das klingt ja total spannend. Was würde ich denn als Teilnehmer da erleben können? Also es gibt zwei Gruppen von Teilnehmern tatsächlich. Die erste Gruppe sind wirklich die Nachwuchsleute, die Kreativen, die ab 16 Uhr kleine Bootstouren rund um die Insel machen, also eine Odispray erleben und dort dann fiktive Geschichten sich ausdenken. Da haben wir uns Stationen vorher überlegt und die Touren dann fleißig rum. Und wenn sie wieder auf der Insel ankommen, haben sie alle eine Geschichte im Gepäck, die sie dann an Impro-Theaterleute, also echte Profis, übergeben. Und die performen die dann ab 20 Uhr. Also das ist ein Programmpunkt für die Party ab 20 Uhr. Und das wird die Gruppe von Pater Noster sein. Pater Noster Berlin werden da performen. Wir haben außerdem aber auch noch mehrere andere Künstler, natürlich einen DJ, DJ Pommos. Plastik Fantastik werden uns einen kreativen Rettungsring präsentieren. Und außerdem gibt es auch noch Musik natürlich. Also nicht nur von Band via DJ, sondern auch performen live. Klingt ja total spannend. Was wollt ihr denn mit diesem Event erreichen? Also was ist so das Ziel dieses Events? Ah, na klar. Das Ziel ist, es ist im Prinzip ein Networking-Event für die Kreativbranche. Also es kommen Agenturchefs aus ganz Deutschland und Agenturmitarbeiter aus ganz Deutschland zum Kennenlernen, sich vernetzen. Natürlich all die Partneragenturen des 3008 Studiengangs. Nicht nur die Berliner, sondern auch die Hamburger, Kölner und wo sie alle sitzen. Und die werden zum Teil auch die Jury stellen tatsächlich für die Impro-Theater-Gruppen. Und ansonsten werden wir ganz viel Raum schaffen zum Networken, ganz einfach. Also freie Konzeptioner sind da, andere Agenturen, nicht nur die Eventbranche. Ja, und alle, die da gerne Leute kennenlernen wollen, sind herzlich eingeladen. Okay, dann sagen wir dann nochmal abschließend vielleicht ganz kurz, wo kann ich mich anmelden? Und wie komme ich da ran? Also es gibt im Prinzip 10.000 Wege, um sich anzumelden. Wir haben also auch das Social Web für uns entdeckt, so wie Vioworld ja auch. Wir sind auf Facebook unter facebook.com.3paus08. Wir haben einen Posterous-Blog, der auch 3paus08 heißt. Man kann eine Mail an odispray.web.de schicken oder auch uns via Twitter kontaktieren, auch 3paus08. Okay, und was kostet nicht der ganze Spaß? Gar nichts. Untertitelung des ZDF, 2020